warte lass mich mal da rankommen also dieses video dreht um zwei freaks die im wald diesen kleinen baum hoffentlich könnt ihr ihn sehen oder erkennen dass der klenner hat einen zauberstock und der wei wollte versuche baum fällt ja versucht er noch darauf zu kloppen was die im endeffekt so bringt ja den langen baum wollte er irgendwie umboxen warte mal eine kohleflasche ach die sieht sowieso keiner wir sind ja hier aber das ist sehr weit vom panzer gelände ich weiß nicht er haut jetzt gerade auf irgendwas drauf er will den kleinen hau da den dicken stock da weg vom ast nicht da ja jetzt versucht auch zu klettern da sind voll die fiecher drin ja ja hier ist ein kleiner baum ist das originell wenn ich hier stehe da musst du leiden das weißt du warte 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 ich komme also der klenner versucht gerade diesen baum baum fällt das ist viel besser jetzt kommt der nechste ich habe gepuppst hui ja das geht aber gar nicht hier ja da hängt auch fast die tschüss ja gut hier sind die neuen baumfäller anstatt mit einer kettensäge oder was anderem schubsen wir die einfach um oder treten ja was du gerade voll nicht hinkriegst ja genau und erst mal nicht auf dem boden und fast ja schmeißt weg du weißt schon dass er da oben guck doch mal oben du vogel der jetzt da drin verzweigt krieg ich nur ein stück ab warum schmatte ich dir den stock vom kopf kriegst du den ehem vom kopf ich muss jetzt erstmal meinen stock hier in der arschtasche tun ich filme ganze zeit irgendwie machs nur mal ich habe es nicht gesehen moment ja wir suchen jetzt jeden einzelnen kleinen baum ja viel erfolg sag ich da nur und ich würde ja gern tschüss sagen aber wir sind noch auf der suche du hast dich noch gar nicht gezeigt der dreher mich hast du haben sie schon die ganze Zeit da ist doch ein kleiner baum da ist doch ein kleiner baum wo ja hier der hier geh weg der hier naja da geht doch etwas in die höhe ja das ist ja nicht das problem doch das ist das problem au du asshole ey stirb ja deckung ja hau nochmal dagegen da fliegen die kleinen teile das ist jetzt die neue kamikaze an der bäumen prüfung show ja der kamikaze mit seinen langen zauberstab da fliegen die einzelnen teile tschüss ja komm dann hau ich ein paar bäume weg aua 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 ja hier nimm dann hau ich die bäume da weg ja ja da hast du schon kranz hier ey noppenkondome oder was naja dann steckst du dir den hintern und dann hast du einen Widerhaken dann kriegst du ihn nicht mehr raus das ist ein Widerhaken ey christopher christ ist jetzt in der aktion ich hab zwar schon fast alle bäume umgehauen aber vor mir was auch im Kopf fällt man könnte ja auch mal dahin in den Wald gehen man könnte ja auch einfach so machen ne ich hab grad jemanden gesehen oh mein Gott aaaaa vor mir irgendwas im Aufschnitt fällt oder so wir filmen mal seine Nase ja ich bin auch fast in der Nase ja ihr habt schon wieder nein ich hab kein Mond sehen ich will einfach so mal du aua ja ich meinst Brennnesseln beschieß mich nicht mit Brennnesseln willst du um? ne gib du fragst ihn erst ob er umkippt hey ey du gibst du um? nerd ja ich hab allo ja wer ist wenn jetzt so ein Reh hier herkommen alle Bäume in der Reihe ja und wischt das muss jetzt filmen pass auf ja ich will aber weg kann den Katzenbommern der hat sich selbst gehauen oder? nein ich bin abgerutscht ja komm wir gehen mal in den anderen Wald hey 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 durch den Wald er tanzt durch den Wald und schreit äh singt hey 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 da ist noch einer da ist noch eine die Bäume die Bäume hab ich grad gefällt ja die Bäume hab ich grad gefällt ja ja das sag's ja ah das könnte einer von uns gewesen äh ne wir haben keine weißen glaub ich ja sag ich doch aber irgendwie kann man hier nichts finden was man brauchen könnte aber jetzt können wir schon mal das Holz trocknen lassen und verbrennen das denn definitiv gar nicht falls wir mal wieder zelten wollen was wir mal wieder zelten wollen einfach hier rein was definitiv geschehen wird ich hab irgendwas gehört und hab auch irgendwas hast du? ja ich bin schon da filmst du auch noch? ja ja wir erkundigen hier jetzt mal so den Wald ich hab einen für dich ja klar auch da also da ist die neue Reportage zwei Freaks durch den Wald ja jetzt fang da mal an und wir suchen suchen Bäume nicht solche die können wir nicht umschubsen äh so ein bisschen verfauchen wir suchen jetzt einfach mal einfach mal eine Nachfolge die Show kommt auf jeden Fall auf YouTube pfff 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 jetzt ohne Witz? ja ach machst du eh nicht und ja mal gucken wieviel ne hier geh ich nicht durch ja kannst du ne 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 warte 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 bis ich weg bin ich mach mir den da krieg dir drei au au ja genau au also Stöckel kann man mehrmals verwenden aber hier quietscht es auch pfff 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 Ja, jetzt schubst du erstmal den da um. Ja, Witzboot. Ja, dann hau weg da. Meine neuen Sensor. Ja. Warte, ich gebe auf Inferno. So, jetzt kannst du. Warte mal, wie war das noch? Wer hat diese komische Sense in der Hand? Der Sensenmann. Ja, genau. Der Sensenmann, der sich erstmal den Weg zur Menschheit frei kämpfen muss. Der Sensenmann, mit dem Stock anstatt ne Sensen. Ja. Nein, der, der diese Sichel in der Hand hat. Aua. Mit diesem schwarzen Umhang da. Der Tod. Der bei Scary Movie... Was geht ab? Scream. Ja, der hat doch normalerweise so ein... Der hat ein Messer, du Pfosten. Nein, der hat nicht. Der hat normalerweise so Sensen oder was? Der Sensenmann. Hier mit diesen komischen Dingen da, wo sie so machen. Das ist der Sensenmann. Ja, mach weiter. Der sich erstmal den Weg zur Freiheit durchbohren muss. Jetzt mach doch endlich. Ey, das Video geht schon 10 Minuten. Boah. Hallo? Ich brauche ja nur Film. Kann man sich nicht hier irgendwo hinsetzen, ey? Paulo, ich brauche es. Du sollst ja keine Dingens an der Seite schubsen, da trittst du doch sowieso drauf. Nein! Du warst nicht. Ja genau, verliere mal beide Zigaretten, du Arschloch. Au. Schmeiß die mal rüber. Komm und Zigaretten, wir flogen. Nein! Scheiße, die Zigaretten. Ja, wir gehen doch, glaube ich, in den anderen. Aber ich will den Dicken, okay? Hä? Ich will aber den Dicken, okay? Der Dicke. Der Dicke. Soll ich mal eben Filmende machen? Nein. Ach, Mann. Kann man den nicht stoppen und dann weiter filmen? Nein. Ist ja blöd. Sonst würde ich so Cut-Teen machen, weißt du? Cut. So Zauberei. Erst ist er da, dann macht er auf Bauch und dann Tü. So. Ich kampf hier einfach mal rüber. Ui. Ey, guck mal her. Gewicht, gewicht, gewicht. Toll, jetzt hast du gar keinen Stock mehr. Okay. Ja. Also ich bin an meinem Baum angekommen. Ach schön, ich kopf mir den Baum nicht gleich fest. Also wo wir hingehen hätten wollen? Hä? Langbruch. Und dann? Ja, gibt's doch genug. Da hast du auch nicht so viele verschackte Drenner zu gehen. Langbruch? Ja. Wo ist ein Langbruch? Ah, ah, okay. Sollen wir da hin? Ja, warte, ich darf mich mal, ich habe ein Klasse für weiterlaufen. Ja. Weil ich habe jetzt noch eine krasse Idee. Krasse Idee. Ja, 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 ja. 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 So, meine Damen und Herren, der Herr Christ hat wieder die Kamera. Seine Handykamera, ja. Seine Handykamera, ja, 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 ja. Und Herr Klenner, der kleine, nee, aua. Der kleine Träger, BAM. Der kleine neben mir, der holt mir jetzt einfach meine Cola wieder. Wie tue ich das? Ja, du es du. Holen wir den 6-Pack auf Papier oder so? Wenn du trägst den 6-Pack? Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Also, da ist der Weg. Wo ist die Cola? Die Cola steht da irgendwo am Baum. Goll, hier sind so viele Bäume gekriegt. Ich habe da irgendwo da. Kann aber auch sein, dass da steht sie noch. Ah, da haben sie es. Da haben sie gefunden. Das neue Suchspiel, finde die Cola im Wald. Ich habe sie gefunden, ich kriege 1000 Gummipunkte. Du kriegst einen Gummipunkt. Gib mir mal meine Cola, bitte. Du hast... Also, wir haben die Cola gefunden. Ja. Und jetzt, äh... Ja, ich sag, wir machen jetzt hier erst... Wir machen jetzt hier erstmal einen Schnitt. So, einmal eine Farbschigung von Herrn Klenner. Tschüss. Nimm du mich mal. Was? Nimm du mich mal. Ja. Wir machen jetzt einen kurzen Schnitt hier. Und sind auf dem Weg zum anderen Wald. Und da kommt dann Teil 2. Peace, Leute.